Wir befinden uns an der Hermann-von-Helmholz-Schule in Berlin-Neukölln und drehen heute hier den neuen TV-Spot der Felix-Görder-Stiftung. Es hat viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Mir hat es richtig gefallen und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich freue mich total auf das Ergebnis. Mit Kindern finde ich immer ganz toll zu drehen, weil sie ganz offen sind, sie sind so ein bisschen naiv, sie sind bereit mitzumachen. Ich habe die heute den ganzen Tag beobachtet. Die sind von einer Engelsgeduld. Die waren wunderbar toll, die waren sehr diszipliniert, aber trotzdem begeisterungsfähig. Die waren sehr aufmerksam und von daher war es auch sehr einfach mit ihnen zu drehen. Das muss ich einfach mal sagen. Die meisten wissen, dass es Darmkrebsvorsorge gibt. Die kennen die Untersuchungsmöglichkeiten. Sie wissen auch im Kern, dass sie einen Anspruch hätten, aber sie gehen nicht zur Darmkrebsvorsorge und erfinden dafür Ausreden. Und das ist das Motto des diesjährigen Darmkrebsmonats. Darum dreht es sich in der Werbekampagne. Wir wissen aus ganz vielen Untersuchungen, also Studien, dass die Menschen sich dauernd Ausreden erfinden. Weil es ist ja keine Untersuchung, wo man so wirklich mit großer Lust freiwillig hingeht. Und dann ist natürlich jede Ausrede gut und man hat keine Zeit. Man hat schon wieder ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre aufgeschoben. Und plötzlich hat man einen Krebs. Deswegen sagen wir, beerdige lieber deine Ausreden, bevor dich irgendwann der Darmkrebs beerdigt. Tick-Tack, 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 endlich das Auto waschen, den Chef glücklich machen. Tick-Tack, tick-Tack, alle Bücher neu sortieren, die Pokalsammlung polieren. Tick-Tack, für jeden Scheiß hast du Zeit gehabt. Dafür hat dich jetzt der Krebs umgebracht. Tick-Tack, 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 tick-Tack.